Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Milliarden und Millionen Mal, mein Jesus, Barmherzigkeit Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt Milliarden und Millionen Mal opfern mir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat Amen Heiliger Josef, Nervat der Jesu Christi und wache Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Maria Bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages, dieser Nacht Jesus Maria und Josef, seid uns barmherzig, wir lieben euch Rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten Bitte groß bitte, diesen Liebesach mit jedem Atemzug, mit jedem Vorschlag tausendmal wiederholen zu dürfen Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht Erf auch uns eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden Amen Allerheiligste Jungfrau Maria, tausche bitte mein sündhaftes, wangelmütiges Herz aus gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz Damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kann Liebster Herr Jesus Christus von Nazareth, Sohn des lebendigen Gottes Tausche bitte mein sündhaftes, wangelmütiges Herz aus gegen dein heiligstes Herz Damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kann Erfülle meine Bitte, du Guter und Getreuer Jesus Damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst Amen Goldenes Abba Maria, wie der Heiligen Gertrud offenbart Sei gegrüßte weiße Lilie der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit Beleuchtende Rose, himmlische Armut, von welcher der König der Himmel geboren und genährt werden wollte, nähere unsere Seelen mit göttlichen Einströmungen Amen Das mächtigste Heilungsgebet vom heiligen Pater Pio Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst Ich danke dir, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast um mich zu retten und zu befreien Ich vertraue auf deine Kraft und Gnade, die mich stützt und wiederherstellt Lieber Vater, berühre mich jetzt mit deinen heilenden Händen denn ich glaube, dass es dein Wille ist, dass es mir gut geht meinen Verstand, Körper, meine Seele und meinem Geist Bedecke mich mit dem allerkostbarsten Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus von der obersten Stelle meines Kopfes bis zu meinen Füßen Entferne alles, was in mir nicht sein sollte Entwurzelle alle ungesunden und abnormalen Zellen Öffne verstopfte Arterien oder Venen und stelle beschädigte Bereiche wieder her und fülle sie wieder auf Entferne alle Entzündungen und und beseitige jede Infektion durch die Kraft des gussbaren Blutes Jesu Lass das Feuer deiner heilenden Liebe durch meinen ganzen Körper gehen um zu heilen und alle kranken Bereiche zu erneuern damit mein Körper so funktioniert, wie du ihn erschaffen hast zu funktionieren Berühre auch meinen Verstand und meine Emotionen selbst die tiefsten Nischen des Herzens Du strengst mein ganzes Sein mit deiner Gegenwart Liebe, Freude und deinem Frieden Ziehe mich immer näher zu dir, jeden Moment meines Lebens Vater, fülle mich mit deinem heiligen Geist und befähige mich, deine Werke zu tun damit mein Leben deinem heiligen Namen Herrlichkeit und Ehre bringt Ich bitte dies im Namen des Herrn Jesus Christus im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Wir bitten dich, o Höchstes Gut die dreifältige, barmherzige Liebe komme allen Menschen zu gut Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns arme Sünder Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Wir bitten dich, o Höchstes Gut Die dreifältige, brennende Liebe Komme allen Menschen zu gut Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns arme Sünder Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Wir bitten dich, o Höchstes Gut Die dreifältige, blutende Liebe Komme allen Menschen zu gut Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns arme Sünder Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Ehre sei der dreifältigen Liebe von nun an bis in Ewigkeit Amen Abendgruß zum heiligsten Herzen Jesu Den letzten Gruß der Abendstunde sende ich zu dir, o göttlich Herz In deine heilige Liebeswunde fänge ich des Tages Freude und Schmerz O Herz der Liebe, dir Vertraute am Morgen ich des Tages lasst Und nicht umsonst dich auf dich baut der Vollhuldo mich gesegnet hast O habe Dank für deine Güte die schützend mir zur Seite stand Auch diese Nacht mich treu behüte durch deines heiligen Engels Hand O göttlich Herz, all meine Sünden bereue ich aus lieb zu dir O lasse mich Verzeihung finden Schenke deine Lieb aufs Neue mir Herz Jesu, innig ich empfehle auch alle meine Lieben dir Beschütze sie an Leib und Seele wie gut ist sie erwiesen mir In deiner heiligen Herzenswunde schlafe ich nun sanft und ruhig ein O lasse in der letzten Stunde mir eine Himmelsforte sein Amen Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit Amen Maria mit dem Kind lieb uns allen deinen Segen gib Amen Amen